Prapada Bhujangasana ist die Kobra auf Zehenspitzen. Von der Bauchlage ausgehend, gibt die Zehenspitzen auf den Boden und hebe Kopf und Brustkorb hoch. Eine weitere Variation besteht daraus, dass du den Brustkorb sehr stark nach oben hebst, dann kannst du auch noch die Knie und das Becken heben, so dass du nur noch auf den Zehenspitzen und Händen stehst. Diese Variation wird manchmal auch als Urdhva Mukha Svanasana bezeichnet. Es gibt daher auch noch eine weitere Weise, in Prapada Bhujangasana zu kommen. Du kannst auch aus dem Hund Svanasana beziehungsweise Adho Mukha Svanasana hinuntergleiten in Urdhva Mukha Svanasana und das wird auch genannt Prapada Bhujangasana gleiten.